so willkommen zur dfb pokalrunde nummer 2 es geht gegen den bundesligisten 1. fc köln und Untertitelung des ZDF, 2020 Pärdedeutsch darf mitspielen. 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 Ich weiß nicht, wie er es ist. und warte die modeste das verteidigung der satz auf eigener sie war sie gab geboren schade schöner spielzug der löwen schliff schön war nachher weil das flankte abgefangen was ich versuch zu flanken dies wird aber geblockt einwurf für blau ein uhr für die löwen scheinbar zu uns das spiel minuten eigener flanken fuß nehmann modesto auf hektor der nationalverteidiger bitte gott danke schlechtes abwehrverhalten modesto kann nach der ecke 2 zu 0 für der favorierten antony modesta 2 zu 0 für die kölner keine chance war auf der linie wer hätte herauskommen können man weiß nicht 25 und jetzt wird es ganz schwierig für die lösung und team und der propräscher und die oder und gerade schießt kann es mal probieren was sie sehen wir uns pekuliert von der range akurität der key ingredients hat was nieder wir können in der zweiten gesetzten löwen nur noch ein müß und ich kann schießen gegen den fz magdeburg nach elf meter schießen hat er gekommen wieder mit der flanke immer wieder mutter und so genau im tor der kölner hatte man sich ja ein verlust der kölner schon wieder per dad über links wir können jetzt gegen zu viel gegen die modeste auf dem der ehemalige 60er spielt über die mitte aber da ist bei links raus über günther verliert ihn aber auch er hat sich wieder andere kommt und wird vor dem reingewollt nur noch faul zu stoppen es ist die die zerstörung der kapitäne kölner ich denke nicht nein er verlässt bei einer verwarnung kann man auch mal gelb geben freistoß für die löwen in vorne kein kopf und der konnte jetzt wurde es der 1 gegen 1 gegen malen wo alle wurde von den beiden vorteil hätte man noch pfeifen können unterklärt das über verliert der wahl im mittelfeld rosa ko schlecht das kann man besser machen vorwärts die drei von hier sind aus die maus Eignach, Flanker, wieder ist er in der Verteidigung, wieder steht sie, wieder Eignach, nach rechts auf Stojkovic, der flankt hinein, Beledac zieht da, boah mit links, schöner Akzent mit Beledac, denn defensiv gute Peledac, der selbe, Silber, oh, Schade, Alejo, schön gegen Modest, der Übereigner jetzt, der Gegenstoß, Andrade, legt sich den Ball zu weit vor, muss die Chance vorbei und die die erste Hälfte auch, der erste Liga ist der Hälfte, können wir für den 2.0 über den Milner lösen, wir geben zurück nach Mainz, und sie müssen wirklich nicht komplizieren, hier we go again, well this half might require them to produce a plan A, Viancy, leveling the score is easier said than done, but that would be the target, get back on terms, and then use that momentum to go again, also verlier the ball, schön, where to try to make things happen, there is a few who could follow that example, einfach für leben auf der rechten stadt seite günther also das schießt aber die woanders auf dem post hat den ball sicher Ja. es wird dann gut über links kommt zurück die kanzler die hassen Foul im Mittelfeld, aber er schien ihn präftig. Jetzt Platz. Oh, Modeste. Boah, ey, ey. Ist ein Gott, flankt ihn ein, ja. Boah. Schön. Ah, Melders. Flanke, schön. Oh. Nice save. Timo Horn, das war die Chance zum Anschluss-Treffer. Schöne Flanke. Ah. Ein Gelb für Valerio. Na ja, da muss man nicht Gelb geben für sowas, die Zitter. Ah, jawoll, alles. Out wide to the right. Now the pass. Oh. 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 Lief in. Just needed better contact. Ah. Malmö Spinnelt hat er. Ah. Malmö Spinnelt hat er. Malmö Spinnelt hat er was. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich bin mit drauf. Es tut sich was auf der Bank der Löhne. Mugosa. Mugosa und Adlon. Neun erportiert. es nice to get it forward quickly always broken through my safety in numbers approach to defending here yeah but dropping position and he's on his way out to the left it goes 2-0 for the first legist stop that and I think with the attempt at goal 2 they were a little fortunate spoon forward munich still contemplating when to use their last remaining substitute pushes it out wide passes it through and he's cut it out it's a loose ball it was the there's all the back foot we can't see it we can't see it look as a former defender i can only applaud what was said the tremendous challenge andrade 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 3-2 it's going to be something for the left victor andrade 1-2 1-2 once more he gets the better of the keeper yeah he always had the measure of the keeper and there was very little doubt as to how this was going to end up kind of sense i saw that it's a little bit of a match for the winner 7 minutes the it's a little bit of a contention i think they've done so well to get back in it but it's important now that they don't become over eager in chasing another again over again and then he's in the way there is the out 2-2 for the level oh my god so that's a double attack mit der hacke traumtor ich habe auf den Start gedrückt das gibt die Kürze so war jetzt ist es war er war so sehr wohl ist so gut wie vor sie sind sein und die Löwen wo er weiter wo groß war wo groß war die Schöne der Vorhörer will doch mal passen nein nein nicht dein Ernst es kann gelieblich die Stuttgart oder die Flanke Und da ist der Andrade mit der Hake 3 zu 2 3 zu 2 2 Tore, das ist innerhalb von 5 Minuten Ist das denn zu glauben? Meine Herren weities Kalt, zack, reingeschnippt Was so eine Wendung in dem Spül hier Ja, das ist großartig, sie haben es wieder und wieder gezeigt, sie kämpfen am Ende. 5-4-4-4, sie spielen 3-2, wow, was für eine Endphase. Puh, wieder der Held, ey. Wow. Ja, raus im Ball. Oh, back in the room rein. Das geht jetzt mit der Kota, jawohl. natürlich alles nach vorne geblockt was für eine dramatik hier in der zweiten runde des dp-pokal 604 das war nur rutschland und 3 zu 2 letzte minuten läuft ja schön abgefangen Fünf Minuten Nachspielzeit. Oh, ich erhält den Ball. Zauber, ich war es, sauber. Es gibt Ecke. Nochmal Ecke für den 1. FC Köln. Raus, raus. Eicher. Der Ball noch heiß. Und Ausgleich in der Notspielzeit. 3 zu 3. Jonas Hector, der Nationalspieler. Oh mein Gott. Wie bitter ist das denn? Oh, die Spieler wie dieser Mann, fast haben sie sich in so großartige Positionen. Wie schnell war das? Was ist das? Oh, 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 oh. 3 zu 3. 3 zu 3. Wir haben wirklich genug gemacht. Wir haben wirklich genug gemacht. Wir haben einfach einen Winner gefunden. Wir haben einfach einen Winner gefunden. Wir haben einfach einen Winner gefunden. So, zu erklären, extra Zeit wird folgen. 2 zu 3. 3 zu 3. 3 zu 4. 3 zu 4. 1 zu 5. 4 zu 5. Untertitelung des ZDF, 2020 Spiele daneben noch Isotope zu sich, der Schiri pfeift die Mannschaften wieder zu sich. Es geht weiter. Er geht raus für den Lavan. Lavan. Wenn er nicht nur eine Galerwagen ist, ist ein junger Iraner. Schön, ah, fehlball. Ja, gut geschlägt. 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 Oh, he's got to be really angry at himself, Peter, for missing that. I mean, the crowd here are letting their feelings know too. He got it horribly wrong. Yeah. 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 und gerade. Whoa! Der lumpt ihn rüber! 4 zu 3! 1 Tor für die Löwen! Schwerwerwerfehler vom FC Köln. Und es ist 4 zu 3 für die Löwen. 1 Tor für die Löwen! 4 zu 3! 1 Tor für die Löwen! Unglaublich! 60 München wieder in Führung! 1 Tor für die Löwen! 1 Tor für die Löwen! 1 Tor für die Löwen! Wow, die Kölner mit wütendem Angriffen jetzt. Oh, gerade, schade. Ah, gerade, komm jetzt. Andrade, schade. Oh, Ledge. Die Wirt. Er hat 15 Minuten gespielt als Adlon. Oh, zieht er ab. Oh, der bleibt immer ein. Lotte. Oh, große Hacke. Oh, wow, 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 wow. Uber ist, see, da, weiße, schade, 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 schade. Lotte, oh, oh, oh. Heike für die Löwen. Zieler ab wird geblockt. 117 Minuten gespielt. Noch 3 Minuten. Die Löwen führen 4 zu 3. Da sieht er aus. 2 zu 0 Rückstand. Neue Brasse. Nicht schon wieder in der letzten Minute. Jetzt der Angriff der Kölner. Da ist es vorbei. Die Löwen gewinnen 4 zu 3 und ziehen in die dritte Runde ein. Was für ein Spiel. Hier nochmal die Highlights. Osako bringt die Kölner Führung. Dann war es Modeste. 26. Minute nach dem Eckball von Bittencourt. 2 zu 0. 3. 0. 2 zu 0. 1. 5. 2. 2. 3. 2. 1. 2. Mausberger 66 minuten große chance zum aus anschluss treffer 78 minuten jetzt die wilden fünf minuten hier was für eine auflage auf andrade der stolperte fall noch mal auf sich selber und verkürzt auf 2 zu 1 und zwei minuten später mucusa und nach der flanke von andrade das 2 zu 2 mit der hake wunderschönes tor dann das 3 zu 3 in der nachspielzeit 94 minuten erst osako scheitert und dann ist es hektor aus 14 metern 15 metern wo hat er geschossen 16 meter 3 zu 3 und dann schließe ich mucusa mit dem gamefinder wieder score book von andrade vier score punkte für andrade hier wunderschöne hebt ihn noch drüber ganz lässig 4 zu 3 der siegtreffer runde 3 für die löwen was für ein spiel holen wir jetzt hier noch weiter vier minuten verschloss damit gehen wir zurück nach mainz spieler des tages mit andrade zwei tore zwei vorlagen bis zum spiel es geht weiter mit spielt der garter der zweiten liga wir sehen uns bis dann bis zum spiel